Herzlich Willkommen im Namen der Kinderfreunde, im Namen von Pitanga und im Namen des Movimento Kinos. Wir veranstalten sozusagen zu dritt dieses Kinderfilmfestival und wir freuen uns, dass wir die Premiere wieder ausverkauft haben. Das Kinderfilmfestival gibt es deshalb, weil wir Kindern gute, interessante, spannende Kinderfilme zugänglich machen wollen. Was ist das Besondere jetzt noch am Kinderfilmfestival zusätzlich, dass da sehr gute Filme zeigt werden, aber was gibt es da noch dazu? Es läuft sozusagen die normale Tonspur von dem Kinofilm mit und ihr könnt alle die Geräusche, alles was der Film so macht, ganz leise eher hören und die Daniela hinten spricht sozusagen den Text. Wenn der Film aus ist, bitte noch kurz sitzen bleiben. Es wird dann nur kurz Gelegenheit geben, sie über den Film auszutauschen. Applaus Also mich hat gefreut, dass ich, dass ich lustig war und spannend habe. Ich weiß, dass es mir nicht so gut gegangen ist, aber dann war es wieder lustig. Weil sie da die Filme spielen, die nie ins Fernsehen kommen oder so. Und das gefällt meinen Kindern so. Und Popcorn. Wir sind gekommen, weil die Filme so wertvoll sind. Weil die Kinder nicht nur konsumieren können, sondern darüber nachdenken können, was da drinnen transportiert wird. Und das wird so niederschwellig transportiert, dass die Kinder da einfach die Inhalte ganz leicht aufnehmen. doing so Adiers. Und außerhalb Gottes haben viele Militär metaου. Die Familie wird mit unserem dolphin be汗, an parliamentary